Hallo Johnny, bist du es? Nein, nicht Herr Depp in seiner Paraderolle des Kapitäns Jack Sparrow flirtet hier mit den Zuschauern, sondern Chris Peck. Der 28-jährige Künstler hat auf TikTok 2,6 Millionen Follower und begeistert dort seine Fans mit diesen coolen Starlooks. Über 50 Millionen Likes erhält der Make-up-Artist, wenn er sich in Freddie Mercury, Mr. Bean und Co. verwandelt. Doch was Chris in seinen Videos schafft, ist technischer, als viele vielleicht vermuten. Wie bei jedem Kunstwerk geht es darum, Schichten zu bilden. Man beginnt eine Leinwand nicht in der linken oberen Ecke und malt ein perfektes Bild von links nach rechts. Man fängt mit der Basis an und schichtet dann Details, Farben, Texturen und Linien auf, bis etwas entsteht, das dem Charakter ähnelt, den man darstellen will. Ja, bis zu 10 Stunden am Stück kann es dauern, bis aus Chris, dem Social-Media-Star, die perfekte Kopie von Schauspieler Johnny Depp entsteht. Wow, wir sind von dieser Verwandlung hin und weg. Und auch Johnny höchstpersönlich wird bei dem Anblick seiner perfekten Kopie das Staunen ins Gesicht geschrieben sein. Bei so viel Talent muss sich Madame Tussauds Wachsfiguren-Kabinett, das für die detailgetreue Abbildung von Stars und Sternchen steht, wirklich warm anziehen.